Dieser Ford Transit steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist 5-türig, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Tempomat, Start-Top-Automatik und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Aufmerksamkeit. 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 Vielen Dank.